Dieser Mann ist wohl der schwerste Mann auf der Welt, Freunde. Er wiegt über 550 Kilo und er kann nicht mal das Bett verlassen, weil er so viel wiegt, Freunde. Ähm, ja, das ist, würde ich mal sagen, Real Life Jabba the Hut. Und, ähm, ja, er kann auch nur drin in der Wohnung sein, wenn er mal raus will. Sieht so aus. Also, viele wissen wahrscheinlich nicht mal, dass er existiert, weil er kann ja nicht raus. Freunde, als nächstes haben wir dieses Video hier. Das soll eigentlich ein Prank sein, was relativ lustig sein sollte, weil es halt ganz passt. Und jetzt... Das ist ja wirklich was abgegangen. Ja, es ist wirklich was abgegangen. Das ist sogar ein deutsches Video, ja. Ähm, hättest du mal genauer gucken sollen. Ich hoffe, ihr seid nicht gefahren, sondern ihr habt dem Besitzer das gesagt. Okay, dieser Prank, der hat auf jeden Fall gesessen mit Klebeband. Okay, die Brille hängt dann auch fest. Okay, das war, das war sehr, sehr mies. Ah, das hat auch wehgetan auf der Nase. Oh mein Gott, diesen Tisch. Den brauche ich fürs Wohnzimmer, Freunde. Wir haben sogar einen großen Esszimmertisch, dann wird das sogar passen. Und ich liebe Billard. Ähm, ja, das war es auf jeden Fall mit dem Hack von diesem Auto. Ah. Okay. Okay, sie zeigt ihm verschiedene Kleider. Er so, uh, das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Und? Okay, das dritte gefällt mir persönlich am besten, aber... Er so, hä, wie hast du das gemacht, Bro? Wie ging das so schnell? Ja, kannst du mal sehen, ne? Okay, was ist das? Äh, okay, das sieht aus wie ein... Das sieht irgendwie nach was ekligem aus. Nach irgendeinem... Da haben irgendwelche Tiere safe gewohnt. Boah. Sah nicht so lecker aus. Ja, bestimmt. Hä, als ob das geht. Ja, als ob das geht. Wie? Wie denn? Nein, der hat da oben Kleber oder so an der Wand und hat das da einfach hochgeschoben. Ähm, ja. Wenn dein... Wenn dein... Wenn dein Nachbar, äh, ja, gerne... Äh, ja, dein Nachbar unter dir gerne Kaffee trinkt und die, äh... Ja, die Sahne, die Kaffeesahne leer ist. Okay, warte. Ah, nein. Ah. Ah, umgeknickt und Eis im Bad. Oh, nein, Achtung! Oh, du... Ey, das tut mir beim Hingucken weh. Da wird dämlich, ja? Okay, was haben wir hier? Okay, sie hat irgendwie eine... Ja. Hä, wie? Frau, wie? Wie kann denn das passieren? Okay, was haben wir hier? Okay, der wird... Oh, das ist satisfying. Das ist wie diese 1000 Grad Messervideos. Ja, klebt fest. Achtung. This is how you get rid of those Kalluses on your feet. Äh. Äh. Äh, warte mal. Ist das... Ist das Asphalt? Greibt die gerade? Die... Die Hornhaut von den Füßen am Asphalt ab. Ah! Was? Okay, das ist geisteskrank, Leute. Äh, okay. Okay, was haben wir hier? Okay, wir haben eine Auflaufform. Da ist irgendwie eine Sahne drin. Ich weiß es nicht genau. Jetzt füllt sie da irgendwas rein. Das ist nur eine Konservendose. Es sieht relativ... Es sieht sehr cream... Ja. Das sieht aus wie Fertigrahmsoße oder so. Ich glaube, das ist Fertigrahmsoße. Die ist ein bisschen dickflüssig. Ja. Mieser Wurf! Mieser Wurf! Ich meine, Postmallow steht da so und die wirft einfach... Die wirft es einfach direkt auf die Hand. Wie stark war das denn? Oh mein Gott. Du bist so groß. Okay, ist sie groß? Boah, okay. Das ist eine Basketballmannschaft. 100 pro eine Basketballmannschaft. 100 pro. Achtung, Tür fällt. Bro, du musst doch nicht so direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ey, das ist nur in Amerika. Dort sind die Häuser einfach aus Pappe. Die Wände, die Decken, alles aus Pappe. Space and Time. Oh mein Gott. Das ist crazy. Doggo ist sehr intelligent. Was macht Doggo da? Uh, ein Bubble Bubble... Ein Bubble Bubble Drucker. Das ist sehr satisfying. Ähm. Okay, sie macht ihren eigenen Bubble Bubble Drucker. Mhm, alles klar. Okay, was? Was drehen die da? Fertig! Oh, krass, dass der keine Angst hatte. Man wusste ja, dass das kommt. Der hat nicht mal mit den Augen gezuckt. Oh mein Gott. Ich wäre die ganze Zeit so... Da, für die Szene wäre ich nicht gemacht, Freunde. Habt ihr heute Abend getrunken? Ah, da kommt auch noch jemand. Ne, ne, wir haben nichts getrunken. Aber manchen sieht das halt echt so aus. Sie lassen ihre Pfandflaschen alle im Auto. Es sieht auch einfach so gewöhnlich so aus in deren Autos. Okay, was... Was macht sie da rein? Okay. Klebt er... Okay. Äh. Was? Ein Feuerzeug. Okay, das ist eine ganz grün große Flamme, ja. Also ich... Why pay extra when you can just be smarter? Nein! Der OP hat hier einfach einen Rucksack unter der Jacke. Wie dreist ist das denn? Aber er hat es geschafft. Warum extra zahlen, wenn man doch einfach clever sein kann? Aber ich habe immer bei sowas immer Schiss, dass ich erwischt werde. Oh mein Gott. Ein Limettenausdrücker. Wie cool ist der denn? Der hat richtig klasse, Freunde. Äh. Okay. Ein Raccoon. Ein Waschbär. Die sind... Die Teile können sehr aggressiv werden. Wieso hat der den als Haustier? Oh mein Gott. Wie süß. Die sind sausüß, aber die können sehr aggressiv werden. Oh mein Gott. Das ist Maximum süß. Musiker. Aha. Musiker? Okay. Er macht aus dem Strohhalm ein eigenes Instrument. Okay. Eine eigene Flöte. Musiker. Laber als ob das funktioniert. Der hat einfach aus dem Strohhalm eine Flöte gemacht, oder was? Kranker Typ. Absolut kranker Typ. Boah, wie heißt nochmal diese Phobie gegen was Groß, gegen Megaphobia? This huge animals could be anywhere below. Ja, die großen Tiere können hier irgendwo drunter sein. Das ist so tief. Er ist schon gruselig. Das ist ein bisschen einschüchtern. Aber ich war auch schon im Aufnehmen. Videos manchmal einschüchtern, als wenn du in Real Life dafür... Also, aber das ist ja schon gruselig. Ich weiß aber nicht, ob man die in Deutschland halten darf. Okay, was schabt der da ab? Ah, was ist das? Das ist doch so eine Wachsschicht. Das ist eine Wachsschicht auf so Marmor-Dings. Das soll eigentlich da drauf bleiben, Bro. Hau ab! Der ist schon ein bisschen süß. Ey, Ziege, warum bist du an einem provozieren, ja? Okay, was? Oh mein Gott! Ist das ein Blauwal oder ein Pottwal? Oh mein Gott! Ich würde mich auf dem Boot nicht sicher fühlen, wenn er da von unten einfach gegenstößt. Was macht die da? Spagat, okay. Okay. Jetzt kam ein anderer Mitarbeiter und meinte, sie soll das nicht mehr tun, okay. Oh, das ist krass. Der verlässt die Kante. Ja, ja, der geht dann in die Luft. Ja, ja, aber das ist ein natürliches physikalisches Phänomen. Das ist crazy, ne? Wie das geht. Ja, ja. Das dem Physiklehrer zeigen, der ist begeistert. Kleiner Tipp. Wenn ihr eure Endnote in Physik aufbessern müsst. Okay, wir haben einen kleinen grünen Papagei. Der scheint recht süß. Alles klar bei dir, Brudy? Brauchst du Hilfe, Junge? Okay, this is what looks like when you're connected. So sieht's aus, wenn man wirklich verbunden ist. Mit der Erde. Mit etwas, mit einer höheren Macht. Oh mein Gott, die Fische schwimmen echt um die Frau so rum. Mit so einem gewissen Abstand bilden die so einen Kreis um sie. Oder die versuchen sie gleich zu erbeuten. Und umzingeln jetzt ihre Beute. Das ist geistkrankt. Und sie merkt das nicht mal. Sie merkt's nicht mal. Die ist safe mit irgendeiner höheren Macht connected. Was ist das denn? Wie krass ist das denn? Safe. Das kann man sich da sonst nicht erklären. Die chillt da einfach nur. Merkt ihr das eigentlich? Oder sie weiß es. Sie macht das immer jeden Tag. Setz dich da hin. Dreckt die ganzen Fische. Komm an. Machen Kreis um sie herum. Freunde, machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die My Gangster. An das Kanal mit dir. Sonja Dützmann. Und an die Kommentare. K-Pop Lovely Girl an Aisha Flowers. Und den ersten Kommentar im letzten Video hat Olli geschrieben. Wenn du dieses Video auch grüßt werden willst, schreib einfach in den Kommentar. Oder sei halt der erste Kommentar. Dafür empfehle ich euch immer flink zu sein. Die Glocke zu aktivieren. Ja. Und dann mit etwas Glück seitdem du bist dabei. Okay. Wir haben hier. Okay. Wir haben hier einen Dunkin Donut. Donut. Mhm. Was will er uns jetzt zeigen? Was war da? Was war da? Hä? Was ist? Kann mir das jemand erklären? Was ist da? Warum haut der da so drauf? Hä? Gnett hatte einfach nur Trypophobie. Also Angst vor Löchern. Aber dann ist es schlecht in einem Donutladen zu arbeiten. Okay. Hier ist eine Scheibe. Die hier irgendwie mit Papier bedeckt war. Damit man da nicht reingucken konnte. Die wird jetzt gelöst. Ja. Ist ein bisschen satisfying. Da wäre ich auch der richtige Fühl für den Job. Aber das was da so hängen bleibt. Das ist an Z2. Das muss schön schön gleichmäßig sein. Oh nein. So repariert man da ein Auto. Das ist einfach verboten. Die haben einfach einen platten Basketball da jetzt reingequetscht. Und jetzt pumpen die den mit richtig Kraft mit dem Druckluftteil. Au. Nein. Und der drückt das jetzt wieder raus. Was ist das denn für eine coole Idee? Okay. Ey. Die Delle geht echt raus. Oh mein Gott. Das ist so satisfying. Dellen aus Autos rauszubiegen. Das ist so satisfying. Bitte mach ordentlich. Ganz. Ganz. Bitte ganz. Bitte. Enttäusch nicht Basketball. Basketball gibt alles. Aber wer kommt auf so eine Idee das mit Basketball zu machen? Warte. Ist das gerade? Oh. War schon nicht schlecht. Aber ich glaube ganz gerade war es nicht. Okay. Was macht der hier ab? Ah. Diese Scooby-Doo-Bänder. Oh mein Gott. Trick 17. Einfach mit so einer Schablone. Wie cool ist das denn? Das ist Trick 17, Freunde. Mit so einer Schablone. Oh nein. Die fliegt und schläft eine Runde. Mit. Oh mein Gott. Der hat einmal kurz so. Ist einmal runtergegangen. Aber wie gemütlich ist das mit so Anschnallgurt. Als wenn die Auto fahren. Die fliegen einfach eine Runde. Manche Leute. Manche Leute haben ein krasses Auto. Die fliegen mal eine Runde. Die schläft vor allem. Ich würde. Also das ist. Ich glaube die macht das nicht zum ersten Mal. Der Kunde ist König zu ernst genommen. Ja. Ja. Wenn der Kunde was will. Einfach alles fallen lassen. Aber manche Kunden glaube ich haben wirklich diese Einstellung. Okay. Roboterarm. Okay. Close. No, I'm kidding. It's not voice controlled. So even if I said something like. Punch me. Ich wusste dass es kommt. Ich wusste dass es kommt. Einfach voice control. Okay, bereit? Oh. Ja. Erster Versuch. Safe. Erster Versuch. Was haben die gesagt? Okay wird der. Okay die Ecke war scheiße. Ja das ist ein Luchs. Oh mein Gott. Wie cool sieht dieses Tier aus. Das ist einfach eine größere Katze. Und richtig plüschig. Und mit einem viel kürzeren Schwanz. Oh wie süß. Das ist so krass. Do you think this iPhone still works? Ja. Ja. Man mag sich manchmal wundern. Funktioniert halt einfach echt noch. Ist nur zur Hälfte. Aber dann scheinen da oben keine ultra notwendigen Dinge verbaut zu sein. Die sind wahrscheinlich eher unten oder in der Mitte. Dann funktioniert halt es noch. Ja. Ja. Wenn der eine anfängt zu ärgern. Ärgert man so zurück. Ja man übertreibt es immer. Lett. Okay sie hat. Das war eine Perücke. Oh mein Gott. Wie viel Haarwachs hat sie in den Haaren. Okay sie wollte so wirklich die Haare sehr streng nach hinten machen. Und hat ihre Lage so ein bisschen übertrieben. Okay trinkt der gerade aus ihrem Mund. Okay geht. Ja wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Das ist cool ja. Das ist Physik. Ja. Das ist Physik. Auch wenn der Stift schwerer ist das Blatt Papier. Ih was. Sind das Wimpern die da fest. Ja das waren deine Wimpern. Das waren deine. Uh. 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 Hätte ich Angst. Uh. Oberkörper auf dem Asphalt. Stark Bro. Stark. Reicht. Okay war sehr stark. Okay was ist mit dieser Toilette. Er spült einfach ganz normal gescheuert ein bisschen. Okay die hat es ein bisschen übertrieben ja. Die hat sehr viel Gas gegeben. Ich habe gedacht da kommt jetzt irgendwie eine Kröte rausgespült oder irgendein Tier. Aber nein die hat einfach nur sehr. Die hat es ein bisschen übertrieben ja. Also die kann ein bisschen chillen ja. Die Toilette kann echt ein bisschen chillen. Okay die Taube. Die chillt. Also wo wir beim Thema chillen sind. Die chillt auch sehr sehr gemütlich hier auf dem. Auf dem Fluchtzeugflügel. Ja. Okay. Okay. Ja und Feierabend. Damit hat jetzt ich gerechnet. Der will eine Toilette zerstören. Ah das ist so ein Rage Room ne. Da kann man mit einem Baseballschläger rein. Kann einfach alles kaputt machen. Für Leute die sehr viel Aggression haben. Nur er kriegt diese Toilette hier nicht kaputt. Junge wie stabil sind Toiletten. Ah jetzt. Okay. Boah da muss er aber schon ganz schön rauf fahren. Das hat. Ah ja tut weh ja. Das tut weh ja klar. Ist das ein Talent? Soll das cool klingen? Ist das jodeln? Oder was machen die da? Wollen die dafür bezahlt, dass sie das machen? Was ist das? Das war stark. Das war Talent. Der hat nicht mal in seinem Schlafzimmer auch noch. Hat ja nichts weggegossen. Das hatte Eier. Okay. Hier haben wir eine Swings-Katze. Süß. Okay was ist hier? Okay was haben die hier gemacht? Ich hab keine Ahnung. Hat er die Haare abgetapet oder was? Warum? Macht man das so? Ich weiß es nicht. Macht man das so? Ich hab keine Ahnung von Haare färben. Tape mal die Haare so ab. Okay sie will wahrscheinlich so einen Übergang. Laber. Nein. Als ob in dem Auto. Das sah aus wie mehrere Katzen. Okay sie haut direkt ab. Ja ja. Mach mal zu dass du den gewinnst. Okay das sieht sehr cool aus. Diese Glitzer-Sprays Freunde. Okay hier haben wir so ein Teil. Okay jetzt hat. Uh. Hätte einfach ein bisschen lila reingetan. Jetzt noch ein bisschen blau rein. Das dauert einen Augenblick. Es geht erstmal den Strudel runter. Und jetzt ist es da drin. Ey wie krass sieht das denn aus. Auch ein bisschen gruselig. Aber es sieht cool aus. Ist das ein Mixer gewesen? Ein normaler. Oh mein Gott. Macht ihr den perfekten Scoop Freunde? Macht. Okay ja. Er macht ihn. Ja. Wirklich perfekt. Okay das ist Handballwachs Freunde. Ich find das so eklig. Ich könnte allein nicht Handball spielen. Nur wegen diesem Wachs. Wenn diese Hände so kleben ja. Die haben aber so extra so ein Mittel. Um das auch wieder abzukriegen. Weil wenn du deine Hände ganz normal abwäschst. Du kriegst das nicht von den Händen. Weil das Harz. Nicht Wachs. Sondern Harz ist das. Das ist Harz. Harz ist noch hartnäckiger. Als Wachs Freunde. Boah der klebt so krass. Ladies and gentlemen. What we have here is probably one of the biggest spit bubbles in the entire universe. Okay. Die kann mit ihrer Spucke so eine große Blase machen. Irgendwas falsch mit ihrer Spucke. Die hat eine sehr schleimige Spucke glaube ich. Was? Open your door. Right here. Yeah yeah. Press it up tight. Das ist ein Flaschenöffner. Safe. Das bauen die Automarken da rein. Das ist safe ein Flaschenöffner. Was soll das sonst sein? If you've ever wondered about certain wedding traditions and what not. This is how they have weddings in Romania. Ja okay. So hat man eine Hochzeit in Rumänien auf dem Land. Da wird die einfach mit Trecker gefahren. Warum hat er den Auspuff vorne? Ich habe gerade gefunden, dass ich das machen könnte. Wie kann man das machen? Das ist das auch krass. Ja Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ja mit dem schwersten Mann der Welt. Mit Jabba the Hut in real life. Mit anderen krassen Clips aus aller Welt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und ein Abo, wenn ihr noch in der Marging seid. Ja ich bin der Maru. Wir alle sind die Marging. Und ja lasst mal die Marging ein bisschen leben. Supportet gerne. Freue ich mich natürlich über jeden. Über jede Unterstützung. Hier könnt ihr mich auch abonnieren. Hier könnt ihr mein Instagram auch gerne abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Ja checkt ihr auch gerne ab. Und dann sehen wir uns morgen in einer Live-Show beim neuen Video. Haut rein. Ciao.